Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich am Öchinensee angeln gegangen. Nun will ich euch mein Lieblingsfischgericht zeigen. Ihr würzt euer Fisch mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft, danach wendet ihr den gut im Mehl. Nun gebt ihr ein Stück Butter in die Pfanne und bratet euer Fisch von beiden Seiten goldgelb an. Nun schneidet ihr euren Fisch auf und trennt das Fleisch von den Gräten. Zum Schluss könnt ihr den Fisch auf ein knuspriges Toast legen, noch einmal ein bisschen Zitronensaft darüber geben und genießen.